Da kommt ein Bambi Hallo Dude! Oh mein Gott, fucking Zombie Hi! Hier ist einer gespawnt, oder? Wie geht's dir? Ich bin gut, wie geht's dir? Bananacho! Ich mag dein Name! Oh, ich mag dein Name, ich mag dich! Schöner Typ! Und du brauchst Essen? Nein, ich bin gut, ich werde ein paar Scheiße finden, ich glaube Wo bist du? Ich bin aus Deutschland! Warum schreitst du mich an? Nein, ich versuche... Aber... Das... Ich habe nur zwei Schöne und nur zwei Bolle... Achso, du sprichst auch Deutsch dann, oder wie? So ist es! Achso, okay, ist doch... Moin, moin! Moin, moin! Wo kommst du her aus Deutschland? Stuttgart Ein Schwabe? Nein, 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 nein! Ich bin ein Partner! Das ist doch schon her zum Blut! Ich bin kein Schwabe! Den hast du bestimmt gestern auch vom Fahrrad geholt, Joe! Sehr lustig! Stuttgart ist ja nicht so weit! Spielst du allein, ne? Nee, nee! Ich bin gerade unterwegs, wenn ich mit jemandem... Moin zu erkennen geben, Joe! Achso! Macht mal so, als ob ihr uns überfallen würdet! Er hat mich, glaube ich, immer noch nicht entdeckt, oder? Okay, ich komm... Oh, oh! Hey, Achtung! We are friendly! Hast du etwas dabei? Hey, Guys! Hey, äh, vielleicht... Ich weiß, es sind bestimmt Russe! Nein! Hallo! 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 Können wir verstehen? German, oder was? Ja, wir sind deutsch, ja! Oh, da kommt nochmal einer dahinter! Ey, wir sind erst gespawnt, wir haben nichts! Ja! Und so! Das da ist unser... unser Schwarzer! Wenn ihr da... falsche Zuckungen macht, dann knallt er euch ab! Ja, wir machen! Das ist ja ganz schön krass! Der hat einen nervösen Zeigefinger! Oh, Mann! Schlimme Dinge passieren, ne? Was passiert jetzt mit uns, oder? Ich check jetzt euren Puls! Die wollen uns schiften! Das passiert mir doch! Hey, wieso wohl... Wollen die alleine, oder? Ja, ähm... Ja, wir sind uns gerade zufällig noch nicht gelaufen! Allein, wie ist das denn für ein Name? Er sagt, er ist alleine! Er will sich mit einem Freund treffen! Sagt er! Was soll man mit dem anstellen? Schieß ihm doch mal ins Bein! Ne, der ist nett! Gemein! Ähm... Könnt ihr mir wieder gehen, oder was ist los hier? Ich brauch dir etwas Zessen! Ja, der... Ja, also, ich hab Hunger und Durst! Ich hab dich doch gerade gefragt, ob du was brauchst! Und du hast gesagt, nein! Ja, ich hab gedacht, ich find schon was, aber ich darf mich ja hier nicht rumfrei bewegen! Das war die Strafe dafür! Hey, was war das? Hey, was war das? Hey, 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 hey! Keine Selbstlustzieher! Hey, jetzt geht einer mit mir um die Ecke und schießt einmal in den Boden und dann sag ich, du hast das Problem erledigt! Ja, 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 warte! Los, geh mal da vorne in den Gang! Hey, was soll denn das jetzt? Ich hab... Der hat mich beleidigt! Los, Bewegung! Los, Bewegung! Ich auch, oder? Ich hab dir hier... Ich hab dir hier... Nein, du nimmst dir die Sachen! Hey, ich hab nix in Kahn, es tut mir leid, ich boxe hier nie wieder! Ich hab hier... Hey, es tut mir leid! Das kannst du deine Oma erzählen! Das kannst du deine Oma erzählen! Hilf mir doch! Hilf mir doch! Hallo! 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 Ah! Der lacht sich hier kaputt! Das ist so geil! Das schaut real cool raus! So, das Problem hat sich erledigt! Ja, andere Leute schlagen und so, ne? Da kennen wir keine Gnade! Warum hab ich jetzt einen Pool? Ich bin hinter der Bushaltestelle und tue euch beobachten! Aber er darf nicht in meine Richtung laufen, wo ich tot bin, es sagt, die Leiche darf er nicht looten oder so! Du rennst jetzt... Welche Tasse war nochmal das Zeigen? 5? 6! Du rennst jetzt in diese Richtung! Du hast den Waffenwechsel-Bug bei mir zu... Ah, jetzt ne? Ja! Zwei Minuten lang, dann kannst du weiter deine Wege ziehen! Gehen geschehen! Ja, kein Problem! Sag ihm noch, wenn er böse ist, passiert ist mit dem schwarzen Jacket-Mann! Ah, da geht's! Bei freundlich, sonst holt dich der schwarze Mann! Ich bin super freundlich! Das werde ich hoffen! Der kann seinen Freunden morgen was erzählen! Der kann seinen Freunden morgen was erzählen! Ja, genau! Ich bin super freundlich! Ja! Ich bin superartig! Vielen Dank.